So, dann los geht's. Auf zu Sadie. Sadie? Sadie? Wie hieß sie Sadie? Oh, ich vergesse immer ihren Namen. Wie hieß sie denn? Nee, nicht Saloon. Sadie Adler, genau. Ähm, Fiat. Ja doch, alles gut. Hm, 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 hm. Ah, nee, der Mantel, der gefällt mir nicht. Der Mantel gefällt mir nicht. Oh, mein Pferd kommt. So. Auf geht's. Halt. Ach, nee, er ist schon wieder. Ich fall immer wieder auf den Typen rein. Tada. Ach, damals hier, wo die Polizei uns gejagt hat. Und jetzt ist es so, als wäre nichts passiert. Vorsicht. Uah, ui. Ich sagte doch gerade Vorsicht. Mann. Ja, 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 ja. Los geht's. Was ist jetzt los? Arthur? Arthur? Äh. Ava? Was ist... Hallo? Ey, was ist jetzt los? Was ist... Was ist jetzt los? Ich glaube, wir sind krank. Kann es sein? Lungenentzündung oder sowas? Ähm. Ach. Wir haben Blut gespuckt. Das ist nicht gut. I'll be fine in a minute. There. I'm fine. Arthur? Ey, du machst mir Angst gerade. Ich ahne ja schon, Schlimmes bei dem Spiel. Ich kenne das Ende noch nicht. Und hoffe, dass ich auch nicht gespoilert werde. Aber... Ähm. Auf alle Fälle ist das ein Doktor. Das ist der Doktor. Danke. Danke. Ich weiß, wo ich reingehen muss. Hier. Hallo? Cholera. Ach, nicht, dass wir eine Tropenkrankheit mitgeschleppt haben. Ach, du Kacke. Oh, ich kann hier kaum sitzen. Ich glaube, wir haben eine Tropenkrankheit. Oh, nicht der Stuhl. Oh. Arthur, du siehst nicht gut aus. Wir haben, glaube ich, Cholera. Oh, das Trieb bricht zusammen. Let me see your tongue. Say ah. Tuberkulose. Tuberkulose. Ach, du Kacke. Sorry for you, son. It's a hell of a thing. Oh, what will you mean? You're real sick. You... It's a progressive disease. You'll be... Now, the best thing is rest. Getting somewhere warm and dry and taking it easy. Now, is that possible? Sure. Or, I can just take my winters in my country club in California. No. It's not possible. Well. Like I said, I'm real sorry. Yeah, well. Now, wait, wait. Let me get you a little bit more energy today. Oh, oh. Das ist nicht doch. Das ist nicht gut. Okay, wir sind gerade stoned oder so, ne? Das ist überhaupt nicht gut. Ey, warum lasst ihr denn diesen Charakter an Tuberkulose erkranken? Mein Gott, der hat so viele Schüsse eingesteckt. Warum... Warum Tuberkulose? We can't change what's done. We can only move on. Ach, Mann. Ach, Mann. Ach, Mann. Nicht den Arthur, jenen anderen, aber nicht Arthur. Ich verstehe, wenn du mir nicht helfen willst, aber ich denke oft an dich. Oh, wofür steht das? Wofür steht das? Warum sehe ich da einen Reh? Warum sehe ich da einen Reh? Okay, ich glaube jetzt, du bist krank. Solange du krank bist, da hättest du nur Vorteil von einer begrenzten Anzahl Nahrung und Getränke. Oh, ich bin nur krank. Äh, das heißt, das hört auch wieder auf, ja? Heißt das? Heißt das, ich, ich, äh, äh, sterbe nicht dran? Oh, bitte. Bitte, 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 bitte. Ähm, ich glaube, hier muss ich rein. Tja, tja. Tja. Was ist passiert in, ähm... Wama? Ja. Nichts gut. Was ist passiert mit Dutch? Weil er, ich weiß... Ich weiß nicht. Ich weiß, dass was in Blackwater beginnt, in Blackwater beginnt, seit Jahren, vielleicht. Slow declass, ich glaube. Was meinst du? Ich weiß nicht ganz sicher. Was ist passiert hier? Oh, das war der größte Verlust. Das war der größte Verlust. Follow me. Follow me. Uh, uh, ah. Mach die Waffe weg. Alter. Ich, ich sage ja, ich muss, ich muss erst mal wieder in die Steuerung reinkommen. Äh, dank, äh, weiß ich nicht, tagelang, äh, im Bett und auf der Couch liegend Spider-Man zu spielen. Ach, hör auf. Ach, hör auf. Du bist nicht seriös. Jetzt, der Pilot, oder was du nennen ihn, er denkt, wir sind einfach in es für eine Lehre, ein bisschen eine Tour. Ach, er ist ziemlich der Charakter. Ich denke, du magst ihn. Du sagst, ich bin erinnert. Du hast wirklich gemacht, hast du, hast du? Hey, wir wussten nicht, ob du warst sogar noch mal wieder. Das war's. Oh, ja. Adler! Schön, dich zu sehen! Schön, dich zu sehen! Ah, das ist mein Freund, den ich dir überlegte, Herr Morgan. Ah, ja, 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 ja. Auf deinem Service, Herr, auf deinem Service. Arthur Morgan. Es ist ein schönes, freieses Tag, um zu fliegen, Herr. Ein Tag wie heute in Icarus würde es über das Seat machen. Ha, ha, ha. Habt ihr vorher schon fliegen, Herr? Nein. Oh, das ist ziemlich ein Ding. Ziemlich ein Ding. Jetzt... ...put die auf... ...und in! Oh, jetzt, 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 jetzt kriegen wir die, die, die Brillen. Was? Oh, nein, Herr, das macht zu ihnen, zu ihren... ...vaporen. Ich dachte, jeder wusste, warum eine Delegate-Flur wie Mrs. Adler? ...de Heavens above! Orbelow. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ähm... ...würdig, Herr, ganz sicher. Frau? Äh, wie oft ist er geflogen? Also, gefahren, gefahren. Oh, Entschuldigung, Ballonfahrt. Ihr boys have fun! How did you get out of this? Up, up, and away! Right. Time to catch a few vapors of our own. It's a little overcast, but I'm expecting some good wind once we're high enough. We should still have some decent views over the river. Now, one hates to be coarse, but on the subject of... ...ablutions? Liquids over the side, solids, do your utmost... ...levy the situation. Alter! Okay, Mr. Bullock. Guck mal, ich muss da... Ach, also doch bis zu dem Strich beim R. Ja. Oh, Wahnsinn. Eindeutig, das ist die beste Landschaft, die ich bisher in einem Spiel genießen durfte. Die allerbeste. Guck doch mal an, wie weit man gucken kann. Krass. Oh. Oh. Mein Gott. Yes. Heavenly indeed. Quite remarkable, isn't it? Feels like we have a nice westerly wind, so keep her around this height. Okay. Ich versuch's. This particular vessel is state of the art, sir. Imported from Europe. We'll find more than a couple of these on this side of the park. So long as it works. Ach, sieht so hammer aus. You shouldn't be doing this. Oh, not at all. A child could operate this with a little supervision. Besides, Mrs. Adler told me you were very keen to learn the ropes. We have plenty of those. She did, didn't she? Ah, ich liebe dieses Spiel. Ich liebe dieses Spiel. Ich kann's gar nicht anders betonen. Ich liebe dieses Spiel. Ah, ich weiß, wo wir hin müssen. Warte mal kurz. Was? Wie kommt... Ah! Wie kommt doch in dieses Gebiet rein? Alter! Bist du wieder wieder? Nee. 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 Well, I have a boiled egg in my pocket here, that you're very welcome to. I think I'm alright. Thank you. Recalling the Ablusions discussion. Well, just say the word. Haben wir aber Glück, dass der Wind gut steht hier, oder? Ja. Sofie, wenn ich mich gefragt habe, was dich interessiert hat in der Ablustung der Ablustung? Äh, genau nicht. Genau. Frau Adler dachte, dass sie überrascht hat. Ah, eine sehr schöne Frau. Oh, der Zug. Ha, 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 ha. Nein. Das sieht so am aus. Aha. Ach, das ist da hinten. Ah, guck mal. Verändert sich gerade. Oh, wir müssen runter. Tatsache. Arthur, nicht zu tief. Da ist er. Da ist er. Da ist er. Da ist er. Woher soll ich ihn auf dem Weg gehen. Oh, das ist er. Das ist er. Oh, das ist er. Oh, oh. Was machst du denn? Wollen wir uns auf? Ich kann das sehen. Oh, das ist er. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, das Boot. Ah, wunderbar, wunderbar. Ah, ist herrlich, herrlich, herrlich. Ach, da war ich auch schon. Was? Ah, von O'Driscoll. Will there be more trouble, Sir? I expect so. I'm starting to rather enjoy this. Hey, stay up there! Okay. Shit, they're old Christmas. Mrs. Adler hat a lot to rat to for. Yes, she does. Oh dear, that boiled egg feels deceitably scrabbled. Nach hinein? Doch, da. Okay. Hat sie aber ein Schwein. Oh, mein Gott! Na, wo kommen noch ein paar? Oh. Oh, da. Oh, 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 oh. Okay. Puh, oh, oh. Was? 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 Ähm. Ich pumpe schon. Ich kann leider nicht zielen, ne? Ich komme da runter. Drücke ich schon noch um? Arthur! Get me up there! Come. Come. Sandy! Okay. Das Wasser. Genau so. Man legt sich nämlich dann rein. Ich glaube nicht so. Ich glaube nicht so. Vielleicht. Oh, verdammt! Look! Es gibt noch mehr auf der anderen Seite. Sie müssen uns folgen. Geht hinter mir. Das ist noch nicht vorbei. Das ist noch nicht vorbei. Das war's. Was? Dramatische Briskle. Du kannst nicht einen Dramatischen Brücken. Sie können nicht nur eine Einheit sein. Sie können nur die Kinderscheinchen. Sie müssen auch diese Kinderscheinchen. Was? Von wegen nur zwei. Was? Ayy. ... ... So. Oh, die Alte ist verrückt. Ich brauche was zu essen. Oh, die Tasten, die rutschen mir gerade weg. Ja. Arthur. Ah, Sadie. Ja. 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 Okay. Ja. 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 Alles, was wir kriegen können, sollten wir mitnehmen.